Das ist wieder ein Praktikumstutorial und zwar zur experimentellen Bestimmung der Halbwertszeit von Barium-137m. Also das Video ist als Experimentiertutorial für Studierende der Universität zu Köln gedacht. Man sollte das Experiment nur in einem professionellen Setting eines spezialisierten Nuklearlabors nachmachen. Okay? Kurzer theoretischer Überblick, dann zum Experiment, anschließend Auswertung, Diskussion und noch ein paar vertiefende Infos. Also Barium-137m ist das Zerfallsprodukt von C-Sum-137. C-Sum-137 ist eines der bekanntesten Spaltprodukte. Mehr Infos gibt es in diesem Video, aber hier noch einmal die wichtigsten. C-Sum-137 ist deswegen so berühmt, weil es erstens sehr flüchtig ist, also bei Tschernobyl unter anderem freigesetzt wurde. Zweitens, mit einer Halbwertszeit von 30 Jahren liegt es genau in dem Sweetspot von kurzlebig, um extrem hohe spezifische Aktivität zu haben und langlebig genug, um Generationen von Menschen zu nerven. Und drittens, es wird während der Kernspaltung in großen Mengen produziert. Die kumulative Spaltausbeute ist sehr hoch. So, das ist der gröbste Überblick. Das C-Sum-137 zerfällt überwiegend ins Barium-137m. Das M kennzeichnet, dass es sich um eine Version des Barium-137-Kerns handelt, der sich nicht im Grundzustand befindet, aber dennoch halbwegs langlebig ist. Es ist metastabil. Die Kennzeichnung bekommen angeregte Zustände, wenn sie Halbwertszeiten oberhalb vom Nanosekundenbereich haben. Das Barium-137m hat eine Halbwertszeit von 2,5 Minuten. Und genau diese Halbwertszeit wollen wir heute bestimmen. Es geht Isomer unter Aussendung der charakteristischen 661-KLV-Linie in den Grundzustand über. Kein anderes Teilchen wird imitiert, deswegen mag ich es mehr, von Gamma-Emissionen oder Isomerenübergang zu sprechen, als von einem Gamma-Zerfall, wie es viele machen. Noch einen kleinen chemischen Überblick, bevor es ins Experiment geht. Wenn Cäsium zerfällt, bildet sich in der Lösung eines Alkalimetallchlorins plötzlich ein Erdalkalimetall, das Barium. Unterschiedliche Elemente haben unterschiedliche Chemie. So wird in dem Fall davon Gebrauch gemacht, dass Erdalkalis als Sulfate ausfallen, Alkalis jedoch nicht. Also, zu den Geräten. Wir brauchen eine Spritze, ein Becherglas, eine harnsche Nutsche mit Filter, die ich dann im Verlauf des Videos doch durch eine klassische ausgetauscht habe. Und ich brauche noch für die Stock-Solution einen Falcon-Tube, sowie drei Pasteur-Pipetten und eine Stoppuhr und einen Metallrahmen mit Klebeband und ein GMZ. An Chemikalien brauchen wir Bariumchlorid und Cäsumchlorid-Lösung, sowie Schwefelsäure und natürlich radioaktive Cäsum-137-Lösung. Erstmal alles nicht aktiver vorbereiten, also ein Becherglas mit Cäsumchlorid-Lösung und mit Bariumchlorid-Lösung dazu. Die harnsche Nutsche wird auch noch etwas präpariert, um Auslaufen zu verhindern. Etwas Schlifffett wird auf die Rände gegeben und das Filterpapier erstmal so draufgelegt. Natürlich sollte der Ring erstmal mit der Seite nach oben gelagert werden. So, jetzt kann aktiv gearbeitet werden. Generell, man macht immer erstmal alles mögliche ohne Aktivität und erst wenn es wirklich nicht mehr weitergeht, dann kommt die Aktivität ins Spiel. Die Stock-Solution habe ich jetzt mal mit einem Tropfen der Stammlösung in 10ml Destwasser angesetzt. Dabei netter Tipp, die Spritze ist ja definitiv kontaminiert und die Kanüle ist sehr lang. Und beim Rausziehen kann sie hin und her schwingen. Um potenzielles Spritzen mit radioaktiver Lösung zu meiden, natürlich Spritzschutz, aber man kann auch noch zusätzlich etwas Luft nachziehen, sodass die Lösung eben nicht an der Spitze hängt. Und darunter gehört auch noch ein extra Tuch, denn alles was mit dieser Spritze in Kontakt kommt, ist definitiv kontaminiert. Beschriften, wegpacken, fürs nächste Experiment aufbewahren. So, und nun wird euch die assistierende Person etwas von dieser radioaktiven Cesium-Lösung ins Becherglas mit der nicht aktiven Cesium-Barium-Lösung geben. Die Menge spielt hierbei keine große Rolle, muss auch nicht genau sein. Ab damit auf die Heizplatte für 5 Minuten. Hauptsache warm. Jetzt Gruppenkoordination. Eine Person muss die Zeit stoppen, sobald die Schwefelsäure, das Barumsulfat, ausfällt. Und die Zeit wird dann bis zur ersten Messung genommen. Also Suspension, abnutschen, Becherglas, schnell mit Destwasser umspülen, Filtrat nochmal mit Destwasser waschen und dann messen. Was ihr jetzt gerade seht, war wirklich der erste Versuch. Diese Messaufgabe macht natürlich nicht die Person, die gerade aktiv gearbeitet hat. Die darf erstmal aufräumen und Kontamination suchen. Mir ist irgendwann aufgefallen, hey, ich hab ja eine Stoppuhr, vielleicht sollte ich mal zeigen, dass ich sie auch nutze. Also bei Sekunde 0 wird die Messung gestartet und bei Sekunde 20 gestoppt. Dann hat man 10 Sekunden Zeit, um einen Messwert aufzuschreiben, sodass von Sekunde 30 bis 50 auf der Stoppuhr die zweite Messung laufen kann. 10 Sekunden Pause, um Messwerte aufzuschreiben. Tada, eine ganze Minute ist rum. Klar, das ist nicht vollautomatisiert, aber es ist wenigstens die entspannteste und zeiteffizienteste Version, das per Hand zu machen. So, ich hab das jetzt noch ein zweites Mal gemacht und bitte, 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 selbst wenn ihr fertig seid, schmeißt nicht den Filterkuchen sofort weg. Nach 25 Minuten sollte ja eigentlich jegliches Bar im 137M komplett weg sein. Sollte. Nehmt den Filterkuchen nach 25 Minuten und messt in der gleichen Geometrie nochmal euren Untergrund. Nehmt nicht den Standarduntergrund, sonst wird die Halbwertszeit Müll sein. Also, willkommen in Excel. Hier sind die Daten, Counts, Background war in meinem Fall 17 Counts pro 20 Sekunden. Und dann werden die Werte mit dem Befehl logarithmiert. Einmal in eine Tabelle einfügen, Geradengleichung anzeigen lassen und x ist dann eure Zerfallskonstante. Hier hab ich jetzt mal die Werte der zweiten Messung einmal vorbereitet. Klar, einige von euch machen das mit Origin, aber die, die das mit Excel machen, hier das Tutorial. Ich wollte euch mal zeigen, warum das Logarithmieren so wichtig ist. Excel ist standardmäßig einfach Kacke da drinne, exponentielle Fits zu legen. Wenn man sich die Geradengleichung anzeigen lässt, bekommt man nur drei Nachkommastellen. Trägt man das logarithmisch auf, bekommt man für die Geradengleichung des linearen Fits eine Nachkommastelle mehr. Und diese Zahl ist die Zerfallskonstante Lambda. Lambda. Ln2 durch Lambda gibt euch die Halbwertszeit. Mal für beide Beispiele gemacht und gegen die Literatur verglichen, sieht man jetzt, warum der Schritt so wichtig ist? Hoffentlich. Mögliche Fehlerdiskussion. Also warum ist denn jetzt bei euch die Halbwertszeit von circa drei Minuten oder höher da rausgekommen? Ein bisschen ist das dem Experimentieren an sich geschuldet. Und zwar, wir fällen aus der Hitze das Barium als Sulfat. Das machen wir übrigens auch am GmZ-Tag mit dem Schwefel 35. Nur da gilt die Ausrede, die ich jetzt gerade bringe, nicht. Da fällen wir auch Bariumsulfat. Nur in dem Fall ist der Schwefel radioaktiv und in unserem Experiment ist das Barium radioaktiv. Und warum machen wir das? Nun ja, beim Schwefel ist uns irgendwann aufgefallen, erhitzt man es nicht, bekommt man viel, viel feineren Niederschlag. Der ist so fein, dass er teilweise durchs Filterpapier rauscht. Der ist wegen in der Hitze, um Klumpen an Bariumsulfat zu erhalten. Das ist sehr schön fürs Filtrieren, allerdings schlecht, wenn man es vom C737 abtrennen will. Denn das eigentlich wasserlösische Cäsium kann in diesen Klumpen eingeschlossen werden und im Filtrat landen. Man merkt das ja im Untergrund. Nach 25 Minuten messen wir immer noch Barium 137 M. Denn das eingeschlossene Cäsium produziert leider immer noch welches nach. Das kann man minimieren mit Waschen, aber letztendlich kann man es rechnerisch umgehen, indem man diese Nachbildung als Untergrund abzieht. Deswegen ist es so wichtig, dass man den Filterkuchen später noch einmal misst und nicht einfach den normalen Untergrund, denn dann landet man wirklich bei einer Halbwertszeit von 3 bis 3,5 Minuten. Gut, genug Diskussion, mehr Infos für die Interessierten. Erstmal, wichtige Info. Ja, streng genommen ist die 661 kEV-Linie, die wir da am GMZ messen, nicht vom C737, sondern vom Barium 137 M. Gammas kommen immer vom angeregten Zustand des Tochterkerns. In dem Fall ist das Besondere, dass der angeregte Zustand so langlebig ist, dass er präparativ isoliert werden kann. Das ist eher seltener. Man sagt trotzdem, dass die 661 kEV-Linie die Cäsium-Linie ist, denn es hat sich so etabliert und das Barium 137 M kann auch nur durch den Zerfall des Cäsiums hergestellt werden. Jetzt ein wirklicher Deep Dive in den Zerfall des Cäsiums. Warum entsteht ein Barium 137 M überhaupt? Warum geht denn das nicht direkt in den Grundzustand? Um das zu erklären, müssen wir folgendes wissen. Beim Beta-Minus-Zerfall entstehen zwei Fermionen, das Elektron- und das Antielektron-Neutrino. Beide haben, wie es für Fermionen üblich ist, einen halbzahligen Spin, also ein Halb. Kerne haben auch einen Spin. So hat C737 einen Spin von 7,5 plus. Das Barium 137 G hat einen von 3,5 plus. Wir haben also eine Spin-Differenz von 4,5 ohne Paritätswechsel. Parität heißt dann einfach Plus oder Minus. Diese Differenz ist zu groß, als dass sie von den Fermionen weggetragen werden kann. Beim Beta-Zerfall ist dementsprechend nur ein Übergang in einen Zustand, der maximal 2,5 entfernt ist, erlaubt. Das heißt für das C737 beim Beta-Zerfall, entweder hat der Tochterzustand einen Spin von 9,5 plus, 7,5 plus oder 5,5 plus. Hat der Barium 137 M Zustand denn so einen Spin? Nö. Der hat einen Spin von 11,5 minus. Wow. Also auch um 4,5 weit weg vom C7. Genau wie der Grundzustand. Nur dann noch mit Paritätswechsel, also von Plus zu Minus. Und genau diese Unzugänglichkeit der Zustände ist der Grund, warum das C737 so eine lange Halbwertszeit von 30 Jahren hat. Der Übergang ist verboten. Und er ist quantenmechanisch beschrieben. Das heißt, wenn etwas verboten bzw. nicht möglich ist, geht es trotzdem, dauert halt nur länger. Eine Änderung des Kernspins von 4,5 ohne Paritätswechsel ist zweifach verboten. Und einer mit Paritätswechsel ist einfach verboten. Deswegen wird die Bildung von Barium 137 M gegenüber dem G bevorzugt. Jaja, viel quantenmechanisches Geschwafel, aber ich hab gesagt, das ist für die Interessierten hier. Damit hätten wir jetzt mal den Zerfall von C737 sehr genau beleuchtet. Dieses Video ist entstanden in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Analytik und Kernchemische Grundlagen, geleitet von Dr. Erik Strupp an der Universität zu Köln. Und ein großes Dankeschön geht raus an meine Patreons. Damit verabschiede ich mich. Tschüss.